Hi Leute, ich bin's wieder hier mit Marco und wir sind gerade am Ende von Tag 1 vom Kidscamp und wir haben coole Neuigkeiten. Wir haben letztens 25.000 Abonnenten bei YouTube geknackt und es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt unabhängig von Alter oder Geschlecht, egal ob Erwachsene oder Kind, einen Campplatz für 2019 gewinnen. Ihr könnt euch selber raussuchen, was müsst ihr machen. Video liken, kommentieren, warum ihr gewinnen solltet und den Kanal abonnieren. Das war's schon. Alle weiteren Infos stehen in der Infobox. Macht's gut von uns beiden. Bis bald. Ciao, ciao.